Ich bin sehr dankbar dafür, dass er mich in dieses Jahr heute mitgezogen hat. Er ist tatsächlich ein Fundskern. Meine Damen und Herren, wenn meine Nation mich als einer ihrer besten Athleten und Repräsentanten in der nächsten Woche nach Sochi schickt und ich tatsächlich eine Medaillenchance habe, warum in alles in der Welt sollte ich all die Investitionen, die ich wahrscheinlich bei Lieblings getätigt habe, nicht mit einer entsprechenden Medaille, einem Stück Gold, Silber, Bronze, wie auch immer, krön lassen, sondern mich alternativ tatsächlich vom Exekutivkomitee ausschließen lassen, weil ich nach Regel 51 Absatz 3 der Olympischen Charta mich fehlverhalten habe. Zwei Antworten auf diese Frage von Seiten der zweiten Regierung. Erstens, es stärkt den Olympischen Gedanken. Und zweitens, in der Abwägung ist es tatsächlich gut für mich selbst in meiner subjektiven Wahrnehmung. Win-win. Bevor ich da zum Einzelnen komme, drei Punkte wiederum auf das, was wir gerade gehört haben von Seiten der Opposition. Der erste Punkt, was hier angedeutet wurde von Tomo, ja, die Russen-Jürgen-Repressalien aufnehmen, er möchte sich auf diese sogar gar nicht ausmalen, was, ja, rein spekulativ, keine Analyse, warum, weshalb, in welcher Form, wie auch immer. Wir glauben vielmehr, wir glauben vielmehr, dass der internationale Fokus nicht höher und damit die Wahrscheinlichkeit entsprechender Repressalien nicht geringer sein könnte, als in diesen Zeiten vor und auch noch im Nachfeld dieser Spiele. Der zweite Punkt, das Beispiel, was hier reingerufen wurde mit dem Basketballer in den USA, was vor einigen Wochen aufgebaut ist. Nun ja, zweierlei dazu auch. Erstens, er hat einen neuen Multimillionenvertrag bekommen. Und zweitens, er wurde sogar von Obama persönlich empfangen und hat von ihm Shake Hands bekommen. Also wir glauben, er kommt relativ gut bei Rom, kein schlechter Trade-off. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, dadurch, dass er jetzt sozusagen das Backing von höchster Ebene hat, ist er, ja, quasi immun in der öffentlichen Wahrnehmung. Dritter Punkt der Anmerkung zur ersten Regierung, die Wahrnehmung von Willi gerade eben über die Verantwortung, was wir dann übernehmen, für das Handeln Dritter. Was wir zu bedenken geben, ist schlicht und ergreifend, dass es kein Automatismus ist. Es gibt immer noch eine dazwischengeschaltete, frei verantwortliche Entscheidung der Leute, die mir dann möglicherweise folgen sollten. Was wir hier als Beispiel Ihnen mitgeben möchten, ist die rhetorische Frage. Haben sich die Leute, die vor knapp 25 Jahren anfingen zu skandieren, wir sind das Volk und damit all die schönen Sachen, die sich seither vollzogen haben, ausgelöst haben, haben die tatsächlich Schuld auf sich geladen? Wir glauben, das ist reiner Zynismus und die Frage wird ziemlich klar mit Ja, äh, Nein, kann ich nicht zu antworten sein. Kommen wir zu unseren Extensions, warum tatsächlich wir einerseits die Olympische Idee stärken und andererseits tatsächlich für uns selbst, nein, setze ich bitte uns selbst Gutes zu. Der erste Punkt in aller Kürze auch bloß. Wir glauben, dass es eine Rückbindung zum ursprünglich olympischen Gedanken geht. Wenn wir uns vor Augen halten, dass Olympia damals Ausdruck zivilisatorischer Überlegenheit des hellenischen Volkes war, dann glauben wir, dass der Protest auf dieser Ebene mit maximaler Breitbindung, wie das bereits gesagt wurde von der ersten Regierung, der Protest für eine zivilisatorische Errungenschaft, die Anerkennung der Gleichheit homosexueller, dem ganzen Genügel tut. Und es ist deshalb noch relevant, weil wir glauben, dass dadurch der olympischen Idee, die zunehmend in den Verdacht gerät, durchkommerzialisiert zu sein, wieder gestemmt wird. Wir glauben, dass durch die Assoziierung derartiger Vorkommnisse mit den Fünf Ringen diese Idee wieder erstarkt und das halten wir für eine gute Sache. Zweiter und Hauptpunkt der Frage, warum sollten wir diesen Track-Off tatsächlich eingehen, warum sollten wir tatsächlich in aller Welt diese Chance uns entgehen lassen. Wir glauben, dass das sofortige Protestieren, so wie das heute in der Moorischen heißt, das sofortige Protestieren generiert mir persönlich am meisten Ruhm, haben wir in Ansätzen schon gehört, aber vor allen Dingen auch am meisten Geld. Warum? Antwort in einem Wort, Sponsoren. Was meinen wir damit? Wir glauben, dass die großen Sponsoren, Adidas, Nike etc., aus westlichen, aufgeklärten Ländern kommen. Sie vertreiben Artikel, die eigentlich letzten Endes einfach nur drei Streifen, wo wir einen Haken dran haben, also sich relativ ähneln, was soll das bedeuten, warum sage ich das? Ich sage das, um klarzumachen, dass die sogenannte Brand-Identity von überragenden Stellenwerten ist, die Wahrnehmung meiner Marke in diesem Sektor ist extrem wichtig. Das heißt, was ist förderlicher oder attraktiver, was kann förderlicher oder attraktiver für mich als Sponsor sein, als jemand, der tatsächlich sich so exponiert, für in derartig heiklen, in derartig heiklen Konstellation, sich selbst auf die Bühne wagen, so wie ich es jetzt gerade mache. Was kann besser sein? Wir glauben, dass nicht nur Sex-Sells, wir glauben auch, dass Mood-Sells, wir glauben, dass das tatsächlich eine neue, sozusagen, Catchphrase werden kann, wir glauben, dass das auch gerade diese Firmen dann auch damit, sozusagen, sich selbst auch gerieren können, als ethisch, ja, als ethisch korrekte, korrektisch gepolte Unternehmen, die halt eben dann auf der anderen Seite sich rechtfertigen müssen für irgendwie Kinderarbeit in Bangladesch, ja, das ist, also, die haben einen Inzente, natürlich mich selbst dann anzuwerben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich deren neuer, deren neuer Star werde, ist nicht zu unterschätzen, setz dich bitte hin. Das heißt, ich wäre der neue Held, ich wäre der neue Held, der, wie wir gerade bei Herrn Zinsitzberger sehen, zum Beispiel eine Titel-Story in der Bildshandlung bekommt, und wir glauben, dass das nur der Anfang von dem ist, was man dort zu erwarten kann. Und genau, das ist ja auch eigentlich das, was ich will, genau dieser Ruhm ist doch auch Ursprung, ist doch auch Ursprung dessen, warum ich dorthin will. Und dieser ist halt eben auch nachhaltig, haben wir bereits, äh, ansonsten auch schon gehört. Und jetzt aber nochmal ganz konkret, warum, warum ist das wichtig, in diesem speziellen Kontext, was ist das Besondere in diesem Fall, in dem ich mich gerade befinde? Es ist derjenige, dass ich Wintersportler bin. Zum Beispiel spiele ich Curly, was weiß ich, ja. Die Frage ist, also, ich würde mal ganz gerne reinfragen in den Raum, wie viele Spitzen Wintersportler kennen Sie? Habe ich mir gedacht. Ähm, wir denken, wir glauben, wir glauben, wir glauben, dass es umso viel wichtiger ist, ja, wir glauben, dass es umso viel wichtiger ist, dass in dieser eher doch Randsportart, Randsportgefüllten Wintersport-Sektion, es noch viel wichtiger ist, dass ich persönlich als Wintersportler mich tatsächlich versorge, dafür Sorge trage, dass ich irgendwie ein Auskommen habe, auch perspektivisch, weil andererseits an dem irgendwie abgehalfterte Fußballer kann ich wahrscheinlich an ihm nicht, irgendwie acht Minuten Mourinho verdienen als Trainer, sondern ich bin dann eher irgendwie verpflichtet, irgendwo anders rüber zu kommen. Das heißt, nochmal, das Interesse daran, dass die Sponsoren mich wirklich als ihren neuen Helden anerkennen, ist sehr erheblich, ist deutlich krasser als zum Beispiel im Kontext der Sommerspiele, wo es sich mal einen Usain Bolt, Michael Phelps, die kommen auch so ganz gut zu haben. Was haben wir Ihnen also gezeigt? Wir haben Ihnen gezeigt, wenn ich tatsächlich für mich persönlich diese Abwägung vornehme, tue ich nicht nur der großen Idee Olympia-Butes, sondern im wohlverstandenen Eigeninteresse tue ich auch mir selber gut ist. Vielen Dank.